Musik Und wir werden verkacken. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play heute mit Niorit. Der spielt die Miss Fortune und ich spiel die Sona. Ja, genau. Ja, sag mal Hallo. Ja, guten Tag. Oh lecker, wir haben eine MF als Gegner. Ja. Und einen Alistair als Support. Ja. Die Frage ist, wie wird es auf der Topline laufen? Bei Nasus, der sich hochfarmt, nicht ganz so toll. Der Wukong, den nicht feedet. Bei Wukong eigentlich... Eigentlich ist er stark gegen Nasus. Ja. Na ja, wie gesagt, wird schon schief gehen. Du musst halt immer schauen, dass du die irgendwie bissl pokst und ich pok sie auch und... So, dann poken wir sie zusammen und dann... Fall mal um. Genau. Und dann kommt der Alistair und pokt uns mal ganz kurz und dann sind wir weg. Ja. Na ja, besser als ein Blitzcrank. Äh, ja, definitiv. Dann schauen wir mal, wer die bessere Miss Fortune ist. Wieso hast denn du so ein gelbes Ding oben drüber? Weil ich sie einfach der Beste bin. Warum hab ich das nicht? Weil ich der geilste an der Beste bin. Was braucht man denn da überhaupt? Äh, das ist... Äh, ich glaub... Das Ding heißt Team Leader. Dass du dein Team zum Sieg führst und sowas. Was? Ja. Wie kriegt man sowas? Einfach gut sein. Nee. Nee, also... Du kannst doch immer die Leute dann am Ende des Matches bewerten. Ja, ja. Das ist mir schon glaubt. Und ich glaub, wenn du dementsprechend viele Teamgeister oder sowas hast, dass du das dann bekommst. Ja, da brauchst du aber, glaub ich, 500 oder 1000 oder so, glaub ich, damit du das kriegst, oder? Ich kann dir nachher mal sagen, wieviel das ich hab. Aber ich glaub, ich bin auch schon im 600er bereit. Was? Ah. Weißt du, ich bin immer freundlich und nett. Und ich krieg... Ich krieg kein Teamgeist. Freundlich und nett. So viel Strategie in dieses Spiel, in diese Games geschrieben. Die Leute geschrieben und hab nie irgendwie... Ja. Das ist doch voll fies. Ja, ja. Freundlich und hilfreich. Alles klar. Ich bin immer freundlich und hilfreich. Ja, natürlich. Na? Hallo? So was anderes behaupten? Ja. Warum? Weil ich dich kenne. Ja. 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 Du hast ja Musik. Ich muss ja gleich mal die Zona Musik einstellen. Du hast ja auch da drauf, He- Ja. 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 Na ja. Ja. Och, jetzt hab ich... Ja. 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 viel gezielter ich wollte ja mal ich wollte ja eigentlich mag ich es auch wollte ich haben wenn ich irgendwie ein reiz aber okay was du redest irgendwie ein magisches auge wollte ich eigentlich noch kaufen und ich nehme mich keinem wort da hinstellen in der buch und Oh, Lasted verkackt. Naja, 2 verkackt. Gegnerischer hat 4 verkackt, wunderschön. Was macht der? Hatten wir davon? Du weißt ja, was du machen musst bei Sona, oder? Äh, nö. Also bei meiner Kuh, also bei dem blauen Kreis, wenn du drin stehst, machst du mehr Damage. Aha, okay. Wow. Wird gepoppt. Und sowas. Zurück. Ja, ich versuch's. Egal. Dann flash ich gern weg. Aber die hättest auch geküllt. Ich glaub net. Du weißt, ich konnte dich heilen. Naja. Naja. Lieber ein bisschen save spielen, wie... Ah, reinfeaten oder sowas. Ja. 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 Und ein Red Ruff! Ach, ist das schön! Lass weg, ich hab keine Mahnung! Zurück! Ich hab noch viel Pot! Ja, aber wenn die dich gut, dann... Ruhig zurück, dann macht's Mut! Kuht nicht Mut! Ja, sie kuht mich, ja! Und? Ach so? Ja! Ja! Ich bin am überlegen! Ich hab schon wieder kein Ding mitgenommen, ey! Ey! Kannst du warnen? Ja! Du hast es! Ja! 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 Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Last jetzt nicht mehr so. Vorsicht, Vorsicht. Alistair kommt von da. Okay. Ich geh mal zurück. Ich sprang. Na dann geh ich auch mal zurück. Ich hab mal ein BFs Wort. Ich geh auf Essence Reaver oder auf was geht's? Ja, Essence Reaver, ne? Weil du da, ähm, Abklingzeit hast. Und ich würd mir auf die Abklingzeit Schuhe kaufen. Ja. Also mach ich immer mit MF. Ach komm, ey. Oh, Crid hit, äh, Mana zurück. Ich hab gehört, ne APMF soll auch ziemlich lustig sein. Oh, no. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 was ich bin stolz auf dich stolz auf dich ich glaube ich werde gleich mal einkaufen gehen ich denke mal du hast die Lage, oder? ja wunderbar Essence, Revo und Schuhe wunderbar mal mehr Ah, du gehst auf die Augen? ok so langsam kommt Ramos ein Fahrt oh, ich mach Schaden ich werde immer die MF Stunner noch hört sich gut an ok 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 besser für uns ok 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 Ah Renga kommt ich werde zurückgehen Marenga ist in der Preseason momentan sehr, sehr trope. Marenga ist in der Preseason momentan. 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 Oh ha Ja die MF-Riss ah why got it Untertitelung des ZDF, 2020 Nice! Ah, ich habe vergessen, mein altes Ränkel zu verändern. Pass mal zurück, bzw. pass mal auf, weil ich muss zurück. Äh, nein, 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 lauf, 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 das ist ein Power. Marenga war da. Oh, 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 oh. Oh 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 oh, guck mal bei niemand. Legs! Ich seh es. Geh weg am besten. Das war der Angstfurz. Deswegen hab ich sie gekillt. Ach die Scheiße. So dann bauen wir mal Zinkel. Zinkel. Und dann bauen wir noch. Bauen wir den Weg. Guck mal stehen. Guck mal. Ah, Ticke. Alles da. Guck mal. Weg für die. Da hab ich die Ulti gewesen. Hehehe. Hoppla. Jetzt kommen sie alle. Er hat sich zerrissen. Ja. Und mich auch. Ich weiß ja nicht wie die anderen noch rum eiern. Ja Rammus meinte er macht sein Ding und ja. War weg. Na ja. Passiert. Der Nasus macht uns auch nicht wirklich viele Probleme. Er hat nur 180 6. Eigentlich ist er schon mal bei Minute 20 schon bei 700. Also. Joach. Jeder bloß hat allein rein. Ja. Ah ah ah. Drei. Ich hab's los. Ja. Ich hab's los. Ich hab's los. Ja. Ich hab's los. Aber jetzt kann ich das alles machen. Ich hab's los. Rikin nein 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 was einfach so bleibt Baaannnnn Ich glaube es ist so gut Was? Was macht denn der Wu-Kong? Haua hauaha Da hat uns zerrissen Dann hab ich wieder No New Timing Eis in the sky Gazing far Into the night Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das war's mit dir. Hoppla! Super! Sehr schön. Und zum Blue. Alles klar. Pass auf. Auch vor dem Echo hab ich keine Angst mehr. Ich hab dir auch vor einer nie gespielt. Oh, wow, wow. Wow. Hoppla! Hoppla! Wow, 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 wow. Ah, scheiße, jetzt hab ich die Ulti abgebrochen. Ich muss sagen, das lief doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ziemlich gedrückt, die Sau, ey. Hab dich gerecht. Danke. Sehr liebenswürdig. Ja. Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Ding. Okay. Ja, Toxic Teamplayer und so. Ja. 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 Ciao. Das ist so easy. Ja, das war's.